Musik 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 Was ist das denn einfach nur ein für krasser fetter Schrank in meinem verdammten Zimmer, ey? Dieser Schrank kostete 2000 Euro von Knappstein, zwei Flocken, ja, ja, mit natürlich nicht zu vergessen, Schickimicki Beleuchtung, ja, ja. Das war kein Killerschrank, jetzt stellt sich bloß die Frage, ähm, da stellt sich die Frage natürlich mein, äh, mein Pelz, ne, meine Pelzjacke. Eine Lederjacke mit Pelz, ne, stellt sich die Frage, wer ist der breitere Schrank? Der Mike, der mich trägt, ne, der Mike, der mich trägt, oder der Schrank in diesem Zimmer, ne? Tja, Nachbarn, wir haben zwar keine Deckenbeleuchtung wie ihr in der ganzen Wohnung, ne, aber immerhin haben wir Schränke mit Beleuchtung. Ist auch was, ne? Das war's, ne, ja.